und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer runde techno firma kraft mit dem lieben schwaben wollte zusammen hallo so wir sind oder er ist noch unterwegs und ich habe jetzt kupfer geschmolzen achten ja gut wie daheim aber ich habe reiche ausbeute dabei zwar das was man wollte aber ich habe zumindest ob späume von dennoch wieder aufnahme und zipp links und habt drei flammer set links und ein apfel zettling dabei genau und die menge äpfel und ich mache gerade wieder werkzeuge weil wie gesagt ich muss ja noch grafit sammeln gehen ja das war mal das war auch immer dass ich kunde habe das ist schweck ist freundlich nicht mehr aufträgen lustigerweise sind es sind acht hütschmölle malachid irgendwie ab angekommen ich habe keine ahnung die sind irgendwie weg ich hatte die im inventar und hatte die dann in dem in dem rechner da reingelegt und dann waren wir mal weg lustigerweise weil der rechner ist ja natürlich gut weil du kannst da genau gucken wie viel also der wo am ende steht ja genau da kannst du ja gucken wie wenn du jetzt 800 brauchst wie viel von jedem ärzt man muss mich selber zusammenrechnen das ist gut gerade auf der anderen seite vom fluss jetzt habe ich ganz viele werkzeuge gemacht dann über die brücke zwei sensen für jeden mal eine falls für obstbäume finden wieder ja ich habe auch festgestellt obstbäume die setzlinge kriegst du nicht aus den liefst aus als das blätter sondern aus dem astwerk so und ich habe mir jetzt mal eine axt gemacht die ich mitnehmen kann und eine säge falls ich die die dinge mal brauche guten tag hallo moment ich bin gerade was hallo ja nam 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 da und apfel da fleisch aber apfel brauche ich eigentlich jetzt gerade nicht also früchte ich mache ich hier rein ich mache es gleich ist auch hier ein ich habe noch ein brot gemacht falls du graben brauche ich nämlich auch noch filmen also ein wo man weiß nur fleisch haben jetzt den agro kühlen aber auch die eine ist ja schon will ich mich angriff haben warum ich will ich du das war jetzt jede menge hier das kennt vielleicht singt sein die eine dumme kuh die will nicht die wirklich will ich jetzt karolik pulver ja das ist ein teil wird verbrauchen grafit habe ich auch schon da drin doch acht wir brauchen noch mehr immer mal die goldpfanne rosa mache hier noch die kohle rein macht es mal der oberein nuklearwaffe virus weiß nuklearwaffe mir wird angestimmt bang echt ganz ehrlich also pass mal auf die axt brauche ich jetzt nicht mehr die hänge ich mal hier hin erstmal ich brauche die schaufel nicht mehr wo die fast kaputt sind aber ist egal ich trotzdem hin das brauche ich noch so viele hämmer brauche ich auch nicht überall hämmer so die haben auch mal hin und das zeug das ist schon passiert weg ist er aber nur ein stein haben hinter die kühe ich komme ich wollte gerade setzlichen anpflanzen guck mal was da rauskommt aber vielleicht wachsen die dann noch wir sehen du hast du zufällig ja jetzt sag mal wegflogen ich habe keine ahnung zum beispiel ganz schön barriere ob das vielleicht so geht da geht es gar nicht zum anpflanzen na gut schauen wir vielleicht wächst ja das muss jetzt einfach mal vielleicht wächst ja wie du gesagt hast kann ja sein muss das ist also so soll ist so ich habe jetzt ein schwert gemacht wenn du dann haben wir so stehen habe ich ja wo ich habe ich einfach nur dahingang wo ich die minute hatte ja wozu ich kann da was ist sie mit meinem inventar los hier zuarschen warum packt schon wiederum oder was ja der packt manchmal irgendwann ins oben in den crafting feld genau warum ja das macht und zwar macht das wenn irgendwas geht und du hast aber noch weiß davon im inventar nach haupte obereist und dann kann natürlich so haben wir dann noch wie viel grad haben wir auch noch kupfer mein gott aber noch kupfer kupfer dann würde ich sagen ich nehme mir jetzt noch stützen mit zwei einmal weg und natürlich schon alles was sind ich oder nicht ich habe die blöcke ganz normaler leiden ins reingeschmissen so dann nehme ich mir noch ein paar stützen mit und dann gehe ich mal wieder zu dem grafit ding aber würde ich sagen würde ich mal fast behaupten achse und so habe ich bei falls ich welche brauche noch mal wasser mit einpacken so und was mache ich wir kriegen das mal schlafen weil die sonne geht gerade unter also was für sonne aber du kannst du kannst ja auch von einschmeißen wenn du möchtest ziemlich viel so oder sind auch noch ungebrennte dinge nämlich mal eine brenner ja die habe ich folgen gemacht gemacht gehabt noch damit würde welche haben dann als das herum packt hat genau dann habe ich die mal weiter nach feuer können so dann fahre ich zum grafit schauen dass ich da noch ein bisschen weiter kriegt damit für die ford stand langsamer haben und da muss ich erstmal nachlesen wie die funktioniert weil ich weiß ja nicht wie was die wie die schmiede funktioniert ich weiß ja nur so 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 in etwa wie die funktioniert aber so ganz genau nicht weil ich würde sagen wir an schmelzt das war das in der aufnahmesession sowieso nichts mehr war die schmiede ja mal gucken ich war nur noch 33 3 2 kaputt macht das feuer brennt nicht um zwar regnet schmeißen meine fackel oder habe meine söhne jetzt habe ich einmal und jetzt brennt das ist auch noch pgz das ist richtig dann wurde ich da war schon die insel hast du die ganze insel erkundet unsere ja nein bei weitem nicht weil die eben die geht nämlich auch nach rechts total weit er da war ich ja da war da bin ich ja gewesen sich alle rein und südöstlich geht die auch noch weiter nach südwestern auch es ist ich glaube ich alles insel wo man da jetzt war das kann sein ja ich gehe der 2000 blöcke weit weil die die wo ich gealtert grafit gefunden habe das ist auf jeden fall eine andere ok und wo bist du ich gefällt es wieder nach südwesten auf die insel west also die richtung ok genau an unsere insel halt auch eine küste lang und dann einfach nach südwesten wenn unten und im letzten probiere ich jetzt noch mal erfahren einmal nach nach ost und man muss ja die insel mit dem marmor weil ich zwölfe jetzt gerade meinem verstand so ein bisschen wie gesagt unsere hauptinsel die ist dann irgendwann ende also unsere und dann werde südwestlich weiter fährt kommt die nächste und dort ist dies komplett und da wie gesagt da habe ich wenigstens einen eine stelle gefunden wo grafit gibt und ich komplett ja also ich habe da bis auf eine 1 und zipfel habe ich dolomit gefunden aber sonst war nur mama habe ich gesehen ok oder mona obernot ja sauber kräftige hofer war ja sicher aber nicht bei dem mod pack ich liebe es ja er ist aber ziemlich ich sag mal der ist ziemlich untergegangen der mod mit den neuen alle da möchte ich ja 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 der ist auch sowieso nicht mehr so wichtig geworden weil du kannst viele sachen kannst du jetzt auch mit anderen mods machen weißen scheiß ich ja ich begreifen einfach nicht der ältere war auch einfacher finde ich der soundcraft 3 war der war definitiv einfacher zu machen der vierer ist ein bisschen schwer aber gut ich habe schon öfter skier aber dabei aber wenn ihr irgendwann übrigens wenn du aliens guys 2 spielen solltest irgendwann dann freu dich darauf weil da musst du denn mal um nehme ich auch machen naja für dich als allem und expert ist das problem es geht ja mit magiemodzt das ist da bin ich kriegsfuß ich sage ich bin immer wenn es gehe so froh dass einmal dabei ist wenn du ganz blatt mächtig in der mann zu post ja genau weil der blatt mädchen gehen noch also da wir waren zu sagen von blatt mädchen gehen noch aber die anderen hier witchery und song kraft und aus magiker und sowie die alle heißen dann ist so ein da bin ich auf kriegsfuß mit na gut der kreis hat sich ohnehin erledigt ok weil das so war dann strich durch rechnung macht ok waren einfach so dass auf einmal komplett alle gräste resettet war man ja quasi wieder von einer anfang kann ja das kenne ich das hatte ich bei clouds of darkness ja echt ja das hatte ich da auch davon haben wir von dem mod pick und dann wollen alle kreis war klar aber ich sage so und da war ja dieselbe art im prinzip ich hatte dann auch alle quests wie sette und ich war ziemlich weit und werde ich alle wieder selbst aktivieren müssen dort kein bock drauf wir waren ja schon ziemlich weiter haben wir jetzt weiß ich 95 folge auf noch mal gehabt oder sowas und weil einmal in der ferie war wäre hatte und haben dann zu viel auf noch mal und habe ich sagt ne ne nochmal das ganze anfangen mache ich nicht naja dann würde ich auch nicht wenn dann mit zwei anfangen wenn er ins geist noch machen wir haben jetzt noch folge bis dezember ok so wenn du wenn er ins geist noch mal dann spielen willst dann würde ich er will ins gas 2 machen ja ich hab's ja schon mal angespielt wo du das anfangen als der let's play von der grenze 2 habe ich mir auch untergeladen auch guck da liegt der boot ja das ist mir entschwunden würde ich glaube wenn er die spalte ist ja wenn er so eine spalte in den berg geht ja 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 direkt vom wasser weg ja genau dann ist das hier weil das jede menge kopf habe ich kreakt sehr richtig richtig das ist die da habe ich mich auch in den berg gebaut also ich habe jetzt ja da war nichts dabei um abzuschütze ja gut dann ist schlecht ein bisschen was ist da drin weil ich habe ja schon da ein bisschen gemudelt aber naja ja gut wenn wir kopf brauchen würde ich dann wieder hinfahren und die sache wir haben ja hier eine kupfer gefunden noch mal herr du skelett fuzi du macht ihr dort so wo ich will das hier in der spalte armarmorisch ich erhalten da und da und da haben wir das ja noch nicht versucht das zeug einfach mal ein bisschen abklopfen heute habe ich gerade nichts von interesse wurde gefunden und da kamen andere meinen dach ist habe ich weiß noch was kann der welt wurde gespeichert die die gehen das kupfer in der wand war ziemlich viel kupfer dann wird war ja da ist das ding bei dir anzeigt oder was noch was du da gefunden gehabt hast das weiß ich schon wieder wie das heißt graffit hier sicher alles von spektoren zeigt ja klar das stutter hat traces aufgeführt habe ich bin anstand dann kommen du altes boot ich brauche dich das schön dort schon wieder weg da kommt ja gar nicht hin da brauche ich ja 25.000 holzberg um die hochzulegen ist weg wo es muss wieder hier jetzt wieder schwimmen das schweizboot zu holen kommen malachig okay auch nennen 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 kann haben wir es noch davor geht was sind luft luft durchzogener stein was denn jetzt los haben weiße löser warum kriechen dazu ist das lebt mich doch schweizboot küsst mir die schüße dann hau doch ab so schaue ich mir gleich nochmal holz und dann mache ich mir ein neues boot da ist nämlich auch gold in der wand habe ich gesehen oder so dann wollen wir noch mal wieder in die mine rein kommt doch ein zombie warum kommt jetzt da ein zombie und gestorben so ich würde sagen ich brauche mal hier eine stütze so und so stützen einmal zweimal dreimal so haben wir schon mal eine stütze drin sehr gut so dann würde ich sagen ich brauche hier noch eine lang kann ich gar nicht scheiße nein nein na kann ich wohl ich mache ich da leider hinten so dann kommt hier auch noch eine kuppe ja spalte das wahnsinn ja das ist ja da wo ich so viel kupfer her geholt habe die spalte da au die stütze hin ich habe auch irgendwas gestorben schafsblase na dann schafsblase mhm das hört sich ja gut an das glaube ich dann habe ich mir jetzt schon die ripp anbrochen wenn man mal und wenn ich schon mal ein ripp anbrochen habe dann müsste was ich für schmerze sind jede bewegung man macht also so nach hier auf der insel ich habe das mal auf der insel gesucht habe ich war bloß auf der falschen insel hier ist auch noch mal jede menge kupfer in der wand hier was jede menge eins nein so auf anhieb jetzt von weitem halt gesehen weißt oh was ist das was ist haben wir jetzt auch noch nicht gesehen in der wand drin ist es oder ist cool also und ist dann naja ist er halt so jetzt haben wir noch hier dass ich mache ja mal ein ein rei point da sind ja fit und da auch okay wenn man die richtung weil drei stück brauche ich noch brauchen auf jeden fall noch mindestens noch nicht also nichts neues ich habe gerade nur die den steuern ausgebaut mit stützen ich bin noch am suchen ja genau hier war das marmorfeld die steinsformation kommt mir bekannt vorher das ist gut und ich habe es beide gefunden dann darfst du auch die folge gleich wieder beenden wenn du möchtest ja ich glaube der noch kurz auf der arsch bevor die akku wird ich denke gerade warum nehmen die so wenig schade aber wenn ich nervösse fyrstopper habe statt schwirbelst da unten ist es da muss ich hin irgendwie ich denke in dem kupfer bis mutglanz ja aber dann bedanke ich mich bei euch fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen schaut beim nächsten mal wieder rein wenn es weiter geht hier mit technofirma bis dahin bleibt uns gewogen hinterlasst die bewertung und einen kommentar schaut auch meine Beine aus hier auf dem kanal vorbei link bei mir in der video beschreibung auch immer zink und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge wieder danke euch tschüss tschüss